Achtung! An alle Zuschauer, die Headsets aufhaben. Unter Umständen könnte es in manchen Spielsituationen sehr laut werden. Wenn ihr also noch hören wollt, wie wir am Spielende jubeln, solltet ihr darüber nachdenken, den Ton etwas leiser zu stellen. Danke! Hey Leute und willkommen zur ersten Folge von FIFA 14 Koop-Saison mit dem Maxi. Hallo! Hallo! Genau, und wir haben beschlossen, also Ultimate-Team werde ich noch am Wochenende mal so machen, aber jetzt machen wir Koop-Saison. Und ja, wir spielen mit FC Porto und sind gerade in Liga 5. Und Maxi ist Kapitän und soll ein Spiel suchen. Ich bin gespannt, ob du überhaupt die Denkflächen-Mongos hier spielen. Ich habe mal gesehen, es gibt 17.000 Koop-Teams. Oh, wir haben einen Gegner gefunden. Ey, ich will schießen hier. Ich kann schießen. Ey, warum habe ich mich nicht bewegt? Ich habe eine Roulette gemacht oder was weiß ich. Ich habe euch ein Tor getroffen. Warum spielen da einer alleine? Keine Ahnung. Oh Gott, ich bin blau. Ja, ich bin rot. Der lässt mich einfach mal durchlaufen. Coole Sache. Ah, schade. Hätt klappen können. Okay, Maxi, den machen wir mal platt. Nein, ich bin ja... da hat sich nicht nur durchs Spielers sage ich dachte ich wer wollte ich habe nie mit der Sitzung in den Gewinnern er erkennt dass er die Stütz sie mit dem Titus Luxemburgs Team er hat heute höchst Schimpfenslieg Omox und ist gut gehen wir da es soll in die Sitzung finden der Abwehr bohrtisch dass sie eine Zeit okay warte ich bin nicht rot hey der ist bitte pass auf, pass auf, mach zu wo ist mein gut hier schick mich, schick mich hier oben boah schade ja bestimmt alter kriegt er erstmal Geld sagst du jawohl ja ihr könnt aber auch mal in die Kommentare schreiben welches Team als nächstes nehmen wollen außer Dortmund und Bayern Basel, Basel-Nordwest in den Nordost in die Teams, was auch wenn im Bayern im Moment Bumpen Stimmung ist wir haben ja ein Maulwurf Maxi okay, aber das ist ein Gruppel okay, das bin nicht ich suche mal guter freier Schlusspräzision okay, haben wir nicht doch mal hau rein da ja komm wo bist du ich glaube ich kann nicht sehen, wo ich vorne bin ja Junge ich glaube nur oha soll ich rausholen? ja solltest du hab ich rausgeholt ja ich auch okay, zur Zeit ist es aber ein bisschen schwerer da müssen wir uns erstmal koordinieren und so, die ist das erster Schuss erster Schuss erstes Tor oh nein ja ja komm, das schaffst du ja eh nicht ich will nur einen normalen Überstück wo, das das frühe stören es hat sich gelohnt schon im Mittelfeld sind sie wieder im Ballbesitz hast du nein hab ich nicht ja, ich kann Touch-Control ja erstmal mit dem Knie annehmen ja, machst du doch auch so immer bestimmt oha erkenne ich ja jetzt das Taktikum schon kommt das schon mal ein bisschen offensiv ah, schade das war knapp ja, natürlich natürlich war er ein Foul aber der Schieds sehr gut okay, warte ich seh mich nicht ah ja nice oh, Junge, renn doch mal runter ja, ich könnte den Ball gerne mehr komm, 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 komm winga, winga, winga oh, du bist ein Füchse oh, lol da gebe ich dir eine perfekte Vorlage okay das war auch nicht die stärkste Flanke oh, coole oh, scheiße, abseits scheiße zu früh gestartet abseits ja, nice ärgerlich dass es mit einem Ball da durchkam gute Position für eine Fremke ne, warte ich mal, stell mal meine Taktik ganz einfach spielen sehr defensiv sehr defensiv sehe ich auch sehe ich auch einverstanden ja, ja, das ist gut können wir gerne machen es heißt, wir stellen uns in Beine ja, ja weiter pass auf es gibt einige Leute, die mögen meine Taktik absolutiert Spielern na, Juni, ich hab gerade fassen zurück, nein was so sehr besteht die Verkortung fällt mir okay, jetzt rennen wir hier spiel hoch muss auch hochspieler ich sehe, was jetzt kommt das das sieht so aus aus ja, Sigi, natürlich oh, Maicon Abseits ja Hillton hier, Spiel, cool sehr lustig ich hab boah Renn, renn, renn hier, hier, runter, runter, runter ich will einfach spielen ja, ich hab gespielt und dann ist er vor deine Hacken gegangen einfach mal eine wichtige Balleroberung im Mittelfeld schade an der Stelle möchte kein Spieler den Ball verlieren pass auf, pass auf er macht seinen Job richtig gut und entschärft diesen direkt mal wieder auf der Defensivstelle hier Flügel ui ja, coole Sache ganz schön ja, das wurde eigentlich nicht geplant schöner Pass lass ab der Leistung ich hab den Mungen Mangalama bei FIFA, war gut das Laufler verdrängt ja Junge ich weiß, es ist die Fast-Sach-Control ok, jetzt hier los, 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 los Junge, der braucht so lange, um da einfach mal hinzurennen und den Scheiß-Ball einzuwerfen der hat auch auf Konter pass auf, ich will die Mitte nein, ok, oh, sehr gut soll mit dem Luftfeuer, ja, Sigi Siljanischer Aragons hier, Spiel schön schön ich will nach vorne Motorball nach vorne ja, hatte ich vor oh, das bin ich sehr gut da oben ja, das denke ich Schnellen-Klautze von Anstellungen individuell auch RB Sprint hier ich weiß, was der hat ich hab' aber Sprint gedrückt und der hat seine Scheiß-Gelstung Hauptsache Tor ja, ihr überhaupt nicht Sweaty oder so ich weiß, jetzt hab' ich so'n Graf verpackt doch nicht so, ok, das machen wir jetzt jetzt machen wir das jetzt will ich gewinnen oh, Gott oh, mal gut Blitz, ja ich versuch die Verteidigung nicht zu weit raus zu ziehen mach ich nicht ich bin extra wieder zurückgegangen das sieht nach einer guten Möglichkeit aus ok, jetzt sehr schön klasse wieder abwehrschlieder gut, gut, gut und teust du? ok, ich spiel hohen Ball ja, ja, da war eigentlich auf den anderen gedacht ja sehr schön ja, ok der Longshot hat zu wollen wieder mal 10 Jahre die 45. Minute ja, ja Klassik Klassik Standard komm, bewegst du Klassik Klassik Loll, der war geil da nein boah, stark hält so ja der Schießrichter entscheidet sofort auf Klassik Hälst am Werben sehr gut sehr gut der fliegt genau in die Arme des Torhüters steht da einer boah, Leute, Junge Miao, ja, Sieg da wär ich so schön durch gewesen, ja komm Schatz ist FIFA ok, einfach 40 es gibt es viel Glück dabei ja und aus dem Schussgenauigkeit nach Prozentscheidung der Neuigkeit auch besser das ist aber bei einem anderen schlechter der Absätze für noch besser 20 Sekunden ich bleibe die Plätze zwischen Sekunden ich glaube das ganze ganz schön halten ja auch vor Ort oder was ich will der Leverse der Kanäle annehmen der Halbzeit es war und ich dachte ich bin rot ja läuft bei mir aber wir sind genau gleich gelaufen ja da kommt was auch gesagt hat mich aus fest bei den Halt ist wenig mit links schießen lassen die Entschuldigung mein Gott was ist das für eine Annahme das war sehr gut habe ich ja habe ich mich in den Beißner nur für Sprung es sind ich sage aus der Stadt festzuhalten das sieht auch gut aus aber der Torwart hat die passende Antwort war großartige Leitungen war die Warte rein da jetzt Prozent und so und hat er anstellt als sei er sich da es gibt es gut macht Pause hier was macht mich schnell in einer Einrichtung sagt so einiges aus ja genau Das ist riskant, was der da feuer ist. Ich sehe das nicht. Ich sehe einfach nur bis zur Grenze des Strafraums und sonst nicht nur deinen Freistoß da. Erstmal wechseln. Da kommt er rein und... Oh! Schade. Das wäre schön gewesen. Natürlich, ich meine Idee. Ein Spielkreaten. Gut, dass er hier so entschlossen dazwischen geht. Nicht. Mach alleine. Nein, okay. Oh, schade. Oh! Ach, komm schon. Dann schneiden. Hier. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Next try. Ach, komm schon! was ist das Ziel was das ist Glühwein beim Monat war abseits abseits wir haben wir stehen auf Klöckchen einfach nur noch hin habe ich habe direkt aufpassen gedrückt Eignet reinläuft fantastisch Schüss weg Ja, ich versuch's Und jetzt hat sie dich auf Ne So läuft halt nicht Boah, renn, 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 renn Nein, schade Schade Wir könnten auch vielleicht Ey, was feiert, ja Ich guck mal, wen wir einwechseln Und ich chill wieder hier, Pause, warten auf Gegner 29 Sekunden Okay Nein, das ist zu langsam Wir machen Achso, nochmal so, um so ein bisschen zu erzählen Wie wir das machen wollen Maxi weiß auch noch nicht, das hab ich mir so überlegt Immer nach einem Spiel dann so Danach, also davor ein bisschen, danach ein bisschen Dann, also Davor ein bisschen, dann das Spiel, danach ein bisschen, dann Cut Nächste Folge und so Halt, nächstes Das heißt, wie wird sie das machen, wie viele Folgen Einfach in jeder Folge ein Spiel Ein komplettes Ah Standard halt Was wird sie dann da großartig ändern? Wollte ich nur mal so anmerken Oh, leute Moin Okay, keine König Leal, sie Spiel noch schlechter Nein, die Brromie, siehst Du Ich bin jetzt schon wieder 10 Millionen das ist das Schöpfung war ja ablos im Juli wo ich darf man frische schießen und das auf der Form er kriegt die Unterricht jawohl Maxi wir sind schon er sei der was mit sich zu spät egal ich hab gehört jetzt doch oh Junge die Flanke ging in Richtung Karim Abdujabba jetzt kommt wieder die Flanke ging in Richtung Karim Abdujabba da war man aber ja das ist der Topscorer aus der NBA ja genau alter ja der Karim Abdujabba ist der Topscorer aus der NBA älter ist jetzt die meisten Punkte gemacht so eine Scheißhalter machte mit sein ja da habe ich was gebaut ja dann wir beide scheiß geworden ich hab den Riesen möglich gelassen okay ich wollte sich jetzt den Bombschot versuchen hehehe hier jetzt aber Oha hat er weiter nachseiten okay jetzt lang verklang verklang ja sie hat nur den Kopf nein 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 11 Meter das muss elf Meter geben ich hoffe mal der hat auf jeden Fall auf Vorsicht gemacht oder warst du das nein ja der war's wenn nicht äh also das ist schon ein bisschen asozial ach man jetzt was soll das denn komm mal weiter jetzt rauskanten ja kann ich machen was geil wäre wenn der jetzt einfach gar nicht mehr weiter spielen und wir einfach hier so ein Tor reinhauen K das so schön mit dem Passierte der umfobene 40 Sekunden nichts gemacht Oh 3 2 1 ja sieg' am durch den Schatten alter es wird wohl begleitet worden wäre sie müssen vielleicht uns über die Intehe Morse abwarten aber keine zwei Tage Wechselhausen ja da sollten sie beim Vorgaben hat ja viel Kloppt durch und den einen Wurf 3 mach mal hier um offen sich vor der ich mache jetzt ein Künstler ich muss schütteln der Neuer Mann ist dabei aber das ist das für einer will dass wir aufgeben oder das wäre ich dann vielleicht raus kann Leute aber zwischendurch mal so immer so ein paar Katzen dann weil wir mit zum Spacken spielen mit dem gerade so dürfen einfach nicht mehr Ballbesitz lassen nicht gelönt ist trotz kann er auf Pause machen ich probiere gleich mal aus Kuhl lassen Kuhl auszulusten das auch andere Lieder sind worden so ja ich rede gerade hier von mann nicht damit Kuhl keiner vorbeizukommen ja da hatte er keine vernünftige Option mehr deswegen musste er den Ball ins Haus ich darf schon wieder auf Pause ja und Achtung genau hingeschaut nein auf isst ja ich machen nachlegen machte den Vollspannschuss ich habe sie gemacht aber gucken wie lange der Geburt die Kontrolle zu kriegen und schon jetzt auch gut ja das passiert manchmal ich mache Ecke ich schaue oder mit Paukopf von Mokrisch gibt es noch gar nicht ein Blanker das war normalerweise statt meine Mitte zu spielen der Torwart aus Riggs was macht er denn der Runde ist jetzt vollkommen zum Ball gelaufen ohne ehrensieglichen Grund ich hab den Extra-Rust da oben den Fikers wollte ich auch nicht zu uns gehen der Roboter ist gespielt schon ich werde bei dem in der Mitte die zieht weg nur irgendwie die Spiele sich immer weggezogen ja ja und stimmt und Leute nicht ich bin ich will er spielt Konzert was war das denn jetzt ja der ist auf dem Rest stärker oder so machen langen Anruf Druck B er hat den Todesmonat ja dem Todesmonat das stimmt telefon ja komm jetzt ja Leute wir müssen mal kurz unterbrechen Tobi Tobi Maxi du machst mal kurz weiter ist jetzt 19 oder warte kurz warte 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 ich bin ja eben jetzt zu Ende kein Ding Steckhaus ok Leute wir unterbrechen ganz kurz und sehen uns gleich wieder bis gleich Maxi ja ja